3D-Info-Globus Was ist eigentlich der 3D-Info-Globus? Es ist eine Website. Auf dieser Website ist ein Planet, also die Erde. Diesen Planet kann man bewegen mit der Maus und auf diesem Planet sind auch Stecknadeln für jedes Land und wenn man auf diese Stecknadel drückt, kommt ein kleiner Steckbrief zu diesem Land. Wofür braucht man jetzt so eine Website überhaupt? Wir haben uns halt so gedacht, wenn man jetzt Referate machen muss oder jetzt so ein Reiseziel aussuchen muss, muss man immer im Internet nach ganz vielen verschiedenen Informationen suchen, weil es nie so richtig Webseiten gibt, wo irgendwie alles auf einem Haufen ist. Daher halt unsere Webseite mit dem Globus, den kann man drehen, aufs Land tippen und man kriegt eine allgemeine Information über jedes Land und halt alles auf einer Seite. Also um unser Programm zu schreiben, also wir haben ja eine Website entwickelt, dafür haben wir HTML verwendet und auch JavaScript und um unser 3D-Objekt einzufügen, also das 3D-Objekt ist selber gezeichnet, alles komplett selber gemacht mit Blender von der Angelina und um das einzufügen, die 3D-Objekte, haben wir die Library FreeJS benutzt. Genau. Wir möchten euch jetzt eine kurze Demonstration unseres Projektes zeigen. Hier sieht man jetzt unsere Website. Man kann ein bisschen runterscrollen und wenn man dann, da sieht man den Globus, den kann man zoomen und drehen und bewegen und man sieht jetzt schon ein paar Stecknadeln, das sind Länder und wenn man auf dem Land draufklickt, dann dann kommt eine Info dazu. Dann kommt eine Info dazu, jetzt hier im Beispiel Deutschland, also wichtige Informationen, also ganz grundlegend wie die Hauptstadt. Dann noch Sehenswürdigkeiten und noch Essen, was es dort halt typischerweise zu essen gibt oder traditionell. Genau, das Ganze kann man schließen und auf andere Länder tippen, aber weiter sind wir im Moment jetzt in der kurzen Zeit nicht gekommen. Genau, dann schon mal vielen Dank, dass Sie alle zugehört haben. Wir möchten uns aber auch bei den Organisatoren bedanken und den Metoren, ohne die alle wäre das nicht möglich gewesen. und sollte jemand jetzt Lust haben, um sich unser Projekt anzuschauen oder an dem Code rumzubasteln, kann er das machen, indem er auf den Link klickt oder beziehungsweise sich den Link merkt und dann, das findet er dann auf der GitHub-Seite und kann es dann bearbeiten. Vielen Dank. Großer Applaus für Gruppe 1. Das ist euer Applaus. Kommt zu mir. Kommt noch kurz zu mir, während die nächste Gruppe aufbaut. Ich stelle euch noch ein, zwei interessierte Nachfragen, um die Zeit zu überbrücken, aber auch, weil mich interessiert, warum habt ihr euch gleich so ein, kommt ruhig ein bisschen nach vorne, dann sieht man uns besser, warum habt ihr euch gleich so ein globales Projekt aufgehalst? Ja, global. Es ist ja so, man wird nicht, es ist leichter irgendwie so für ein Land so die Hauptthemen zu finden und es ist ja so, wir kommen ja alle aus einer Region, wir können natürlich nur die Region nehmen, aber dann hat man ja, alle hat schon so ein bisschen Informationen, man weiß schon irgendwas und so global, man weiß nicht über jedes Land was und dann kann man genau das Land nehmen, was man jetzt gerade hat und keine Informationen hat und deswegen hat man dann gleich welche. Und was unterscheidet euer Projekt von, sag mal Google Earth zum Beispiel, wo man ja auch den Weltball drehen kann? Also unterschiedlich ist halt, dass man generell, dass dort die Städte angezeigt werden und nicht unbedingt die Länder und bei uns hat man halt das Land um die grundlegenden Informationen darüber und auch sehr einfach gestaltet und nicht so viel verschachtelt. Manchmal ist einfacher, einfach besser. Applaus an euch nochmal, ihr seid die Ersten, die heute präsentiert haben, dafür gibt es einen extra Applaus von mir und damit darf ich euch herunterbitten, die nächste Gruppe steht bereit. Applaus Applaus Applaus